ARD Text im Auftrag von Funk 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 Alter, hier sieht sie aus wie auf ne Müllhalde Ja mann Hat deine Freundin nicht aufgerollt? Ja mann Und wie lange ist sie weg? 10 Minuten Lass den Männerhaben beginnen Chips Wodka Das ist kein Wodka Männlich Platz Magst du die nicht krümelig? Ja natürlich Was gucken wir eigentlich für den Film? Gestern gesehen Nein Das ist was zu essen Dauert zu lang Das ist ein Spiel Hatten wir schon Das ist Product Placement Ja er ist geil, aber hatten wir schon Okay jetzt willst du mich treuen Mann das ist ein Frauenfilm Alter Wenn wir es schaffen das zu gucken ohne zu kotzen Dann sind wir voll männlich Männlich? Das ist ein Frauenfilm Uh Hast du etwa keine Eier? Männlich genug? Okay dann lass uns ein Frauenfilm gucken Gaaaaay Auf geht's Oh Junge ich freu mich wirklich nicht darüber Das kann ja schon nichts werden Schütt mir mal was ein Sie kommt vom Land Und will Ballerina werden Aber wen interessiert das? Wie lange läuft der Film schon? Zehn Minuten Die hatten immer noch keinen Sex Sie tanzen In diesem verfickten Film wird getanzt? Das interessiert doch kein Schwein Verdammte Scheiße Herr Alphol Ich kämpfe mit dem Schlauch Wenn du jetzt einschläfst wirst du nie wieder aufwachen Ahhhh 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 Haben sie sich schon geheiratet? Nein Haben sie schon Sex gehabt? Nein Was machen die denn die ganze Zeit? Sie tanzen Das ist schon wieder? Ohhhh Der Abspann Das ist der Abspann Wir haben es geschafft Jaaaa Nein Wir haben es geschafft Der Film war aber richtig scheiße oder? Was ist denn schiff? Ich bin voll hervor Schliffen Hä? Ich glaube wir sollen vorher Schluss machen Noch so ein Film schaffe ich nicht Ich glaub ich mach mir Schiffen weh Ich bring dich noch zur Tür Die Tür ist da Echeeeh Echeeeh Das ist schiffen Ja stimmt Tschüss Tschüss Schliffen Ha Schöner Abend Bis dann! Der Film war so schön! Das war der schönste Film, den ich je gesehen habe! Schatz, ich komme gleich nach Hause! Wir müssen uns so'n blinden Film angucken! Der war so schön! Der war gut! Bist du ne Bitch und keine Whore? Dann abonniere Apple Whore! Der war so schön! Gaaaaay! Das war der männliche Film für diese Woche! Und wenn euch der Film gefallen hat, drückt den Like-Button, solange bis ihr männliches Sixpack bekommt! Hier kommt ihr zum letzten Apple Whore! Und hier kommt ihr zu Funfacts von Mittwoch! Und falls euch das noch nicht männlich genug war, kommt ihr hier zu ne Fresh Org von Chan und so! Hier vorne könnt ihr noch männlicher werden, und wir sehen uns am Mittwoch! Hey, warum hab ich eigentlich im Apple Whore nicht mitgespielt? Weil er nur für echte Männer war! Ach so! Was? Bis zum nächsten Mal! Gaaaaay! Gaaaaay! Gaaaaay!